Guten Tag, hier ist der Gusua. Wem geht es nicht so? Er hat gerade wirklich einen Fight oder bzw. er will gerade einen Fight machen. Und im Klaren ist es halt nicht einfach, weil es jetzt irgendwie total inaktive Leute sind, sondern es ist einfach wirklich momentan gerade nicht derjenige dabei, der mir zum Beispiel einen Drachen spendet. Weil ich aber unbedingt einen Drachenfight machen möchte, klar für uns YouTuber ist es immer noch eine ganz andere Sache, dass man sagt, ich will natürlich schnell nochmal eine Truppe haben, aber so grundsätzlich ist es doch wirklich besser, wenn man, ja auch wenn man miteinander super klarkommt, ist ja eine Sache, klar, soll natürlich in einem Clan sein, aber wenn ich halt eben sage, gut okay, ich will jetzt zum Beispiel mit den Drachen halt wirklich Pokejagd machen, ich brauche halt immer wieder welche, Dann ist es eventuell gar nicht verkehrt, für diese Zeit eventuell mal den Clan zu verlassen, wenn dort nicht die gewünschte Truppe gespendet wird, ganz klar. Hiermit möchte ich euch ganz kurz erklären, wie das so funktionieren soll. Und zwar könnt ihr euch bei mir, beziehungsweise ja im Clan und eben auch natürlich über Facebook halt, na was heißt bewerben? Ja doch, bewerben ist gar nicht so verkehrt. Das heißt, Vorteil für euch, beziehungsweise für euren Clan ist natürlich, ihr habt natürlich viel mehr Besucher, klar, logisch und ihr werdet bekannter, ganz klar. Ja, und folgende Sache ist die, ich habe das jetzt auch mal in der Facebook-Gruppe, einfach mal, also auf meiner Facebook-Seite ja mittlerweile, einfach mal wirklich hier nochmal genau Stents erklärt. Das heißt also, ich habe nämlich am Anfang gedacht, oh ja cool, das wäre ja gut, wenn man Truppenclans erstellt. Ja, dann habe ich das gemerkt, dass da halt ja auch keiner reingeht, klar, weil wenn einer drin ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Truppen gespendet werden? Deswegen, bleibt ihr ganz normal in eurem Clan drin und sagt halt einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, ey pass auf, wir sind hier schon mal 50, nein nicht 50 Leute, aber ich sage mal 30 Leute, die halt wirklich aktiv sind und wir haben so ein kleines Fable zum Beispiel, wie jetzt in dem Bild zu sehen, für eine Walküre. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass hier in dem Clan eine Walküre für jemand anderen bereitsteht, ist sehr hoch. Dann kann derjenige einfach, der euch sozusagen besuchen möchte, in der Clan-Anfrage schreiben, Guzoa, ich hätte gern Truppen. Also, dass ihr schon mal wisst, passt auf, ey, es geht darum, ja, hier mit Guzoa in Anführungsstrichen diese Sache von wegen Truppen spenden. So, dieserjenige sollte natürlich dann auch halbwegs gute Truppen beihaben, klar. Also, sprich, wenn ich da eine Anfrage bei einem fremden Clan mache und schreibe, ey, hier Guzoa, ich hätte gern Truppen, dann sollte derjenige natürlich auch was Gutes am Start haben, dass es eben ein schöner Wechsel ist. Das ist nicht irgendwie so Request and Leave und du kriegst hier einfach mal so ein paar Kobolde reingeballert, sondern es sind wirklich hochwertige Truppen, die man gerne gibt, indem man natürlich auch irgendwo als Clan hofft. Erstens, man kriegt natürlich selber wieder gute Truppen und natürlich auch eventuell den ein oder anderen, der eventuell doch bleibt. Kann ja auch sein. Also, von daher denke ich, ist das eine richtig geile Nummer. Ihr müsst euren Clan, euren normalen Clan nicht verlassen und sagen, ja, gut, okay, dann fangen wir mal wieder mit Clan Level 1 an. Nein, gerade das ist ja auch der Vorteil. Du bist jetzt Clan Level 6 zum Beispiel, beziehungsweise euer Clan, dann ist das doch richtig geil. Dann kann eben gleich eine höherwertige Truppe gespendet werden und man hat halt auch ein bisschen was, also ich sehe es ja bei mir jetzt mit Clan Level 8, dass man eben auch wieder ein bisschen was, in Anführungsstrichen, Kostenrückerstattung bekommt. Und wir haben hier, Spendenrückerstattung sind hier 50 Prozent, hier genau, Spendenrückerstattung 35 Prozent bei Level 6. So, und Level 6 ist ja jetzt nicht mehr so viel, aber selbst ab Level 3 bist du schon gut dabei. Also, das passt. Und ich denke mal, das macht das Spiel nochmal, beziehungsweise auch dieser Zusammenhalt nochmal um einiges besser. Wenn ich sehe, gut, okay, ich gucke kurz auf die Facebook-Seite rauf, dann sehe ich, ey, cooles Ding. Wenn hier gibt es einen Clan, der Walküren spendet, geiles Ding, ich mache mal eine Anfrage, habe selber eventuell auch eine Walküre dabei, die ich auch wieder raushauen kann. Einwandfrei ist eine Win-Win-Situation, so soll es halt sein. Nicht, dass die Leute in dem Clan halt immer raushauen, immer raushauen, immer raushauen, sondern man muss schon auch mit guten Dingen ankommen und dann läuft das auf jeden Fall. Die Leute, die halt, wie gesagt, im Clan drin sind und sagen, oh komm, ja, da trauen wir uns zu, wir sind genug aktive Member, dass wir wirklich sagen können, ey, hier, der hat innerhalb von zwei Minuten, hat der sein Zeug, dann, wie gesagt, da drunter. Oder eben im Clan einfach eine Anfrage machen, also bei uns jetzt, sage ich mal, und einfach reinschreiben, ey, hier, guckt mal bitte bei uns im Clan vorbei. Wenn wir es schaffen, also ich gehe mal davon aus, Nova und sowas, die werden auf jeden Fall mal vorbeischauen, dann könnte es sein, dass von uns einer rüberspringt, um das einfach mal zu testen. Sprich, der kommt rüber und sagt hier, ich will halt das und das, wofür ihr natürlich auch steht. Also man braucht jetzt nicht denken, gut, okay, jetzt ist das so ein Clan, der da mitmacht, dann wird der mir ja egal, was ich haben will, geben. Nein, das ist eben speziell, kann man dann auch in der Clan-Beschreibung halt reintun, sagen, hier, besonders Walküre oder besonders Golem, sowas. Dass man genau weiß, okay, ist ein Clan, der spendet Golems und dann kommen hier die ganzen schönen Hashtags mit runter und dann passt das auf jeden Fall. Das war's von mir, ich hoffe, es wird angenommen und das war's. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao und habt Spaß. Ciao. Ciao.